So, willkommen zurück zu Worms Revolution, der dritte Part, ja. Ein glorreiche Runde letztes Mal, muss ich zugeben. Ja, die Klopse fangen an. Cool, der merkt sich das sogar. Wahnsinn. War bei Clown was nicht so. Hm, weil ich hab's mir jetzt gar nicht eingestellt gehabt. Toll. Aber vielleicht was wirklich ist, zufallsbetrieb und zufällig, wie's halt war, hab ich halt angefangen. Bissl doof verteilt. Na, unten geht's. Ja, aber ich kann hier gar nichts machen. Durchbrennen. Hui. Doch, so nach links durch, äh, nach rechts durchbrennen, das wäre eine ganz gute Idee. Jaja. Ja, und Brenner halt, oder? Ja, freilich, aber das ist auch bissl kacke da. Warum? In der Winde da. Ach so, schade, ich hab gemeint, das siehst du nicht. Freilich sehe ich dich. Ja, toll. So, ich geh wieder zurück. Nicht geklappt. Wenn ich jetzt einer wäre, würde ich genau da was hinschmeißen, dann würd's wieder passen. Ja, toll. Wenn du da dran bist. Ja, du bist auch noch dran. Halt, hier hoch. Gefälle ausnutzen, Granate schmeißen. Baseballschläge. Oh, du Dreckse. Bist schon der Dreckse, aber. Kenn ich. Doch, top. Wieso hat's denn links weggehauen, hallo? Da ist ein Maurer. Ja. Sehr unfair. Schauen wir mal. So geil. 45 Voll abgezogen über die Dingen. 75. Jaja. Ach so, jaja. 45 über die Mine, was voll ist, und einmal 30 für den Schläger. Und ein Loch ist drin. Oh, oh. Ich glaub, ich weiß, was jetzt kommt. Ah ja, was denn? Feuerforst. Ach, ich mach jetzt den da. Feuerforst. Jo. Ja, aber er ist fast. Der hätt sich fast noch festgehalten. Hätt ich nur mit Wasser durchspülen. Blup. Wollt ihr wieder ein richtig unfairer Anfang? Jaja, jetzt heult er wieder rum, gell? Jetzt heult er wieder rum. End asozial, du kommst da ja durch. Habe ich nicht. Der, 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 der. Ich hab's knicken. Dann halt ein Seil, wenn's sein muss. Minis kann man nach dem Seil noch was machen. Ist hier länger. Ich hätte es halt auch holen sollen, Mann. Ja, der kann man noch ein bisschen besser schwingen, sogar mit den. Ja. Ich hätte es mir doch holen sollen. Dynamit geht noch nicht, aber es geht in Unkminis schon. Ich hätte mir das fast geholt noch. Bin... Oh, das wird böse. Das wird richtig böse. Vielleicht sogar vergiftet. Ja, definitiv vergiftet. Äh, die, die Objekte gehen viel leichter kaputt, dass ich in Klaren muss. Hm. Ich... Ich... Oh, ja. Ja, toll, was soll denn der Scheiß? Jetzt kannst du dich oben durchbrennen. Ernsthaft, was soll denn der Scheiß? Ich weiß auch nicht. Anders heißt, bist du da drinnen gut geschützt mit zwei Höhnen. Und wenn ich jetzt deine erledige, muss ich zuerst durchzieht... zu dir vordringen. Das mache ich so wie du letztens, du schmeißt ja genau eine Karte rein. Ja, das ist mir da auch relativ kalt. Da muss der trotzdem erst noch richtig durch. Naja, mit Schwung geht alles. Ah. Komm ich da rauf? Oh. Na. Ganz glücklich. Hm. Du's leid. Mist, geht nicht. Dann machen wir halt was anderes. Ich hab' ein Loch gemacht. Wie schön für dich. 17 Uhr. Richtiger Scheiß. So, jetzt pass mal auf, wie man das macht. He, dunk. Ah ja, jetzt wird der da hingeboxt, oder? Wie viel besser? Wie viel macht ein Wurm nochmal, wenn er verreckt? Hm. Ich glaube maximal 25. Dann reicht das nicht, oder? Weiß ich nicht. Du musst ja auch noch schauen, dass der richtig fliegt. Ich glaube keine 35. Schau. Die Familie, wenn du einenyddellet d Trevorurkusst hast. Wie viel besser ist, goggles. Das ist famous. Ich warte eine sehr Breakfastheit. Hey. Salt Voilà. Doch, du hast dieses disbelief rausgeholt. Stimmt. Du bist ein Curation. Das ist ein Dreck! Haha! Schaut gut aus für mich. Aber das endet sich am Ende wieder. Wett mal. Was wird das? Pff! Ja toll, der ist wieder tot. Ich hoffe mal, dass genau das passiert, was ich mir jetzt denk. Mist, dass er auf dich drauf fliegt, dann kriegst du schon. Ja, ja, war schon klar. Nee, nee. Ach, ich bin tot. Hm, sollen wir die ganzen Kisten da wollen? Ja, das ist jetzt mit dem Fall durch. Ja, holst du dir. Gezeit ist ja, und äh, so oft bauen wir hier die Ninja-Seile auch nicht. Ha, 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 ha. Als auch nicht so blöd wär. Ja. Als ob das so lang wär. So ein Dreckser. Komm schon! Was? Lass halt los. Nein, sonst brauch ich ein Seil. Hey! Ich bleibe da wieder zurück. Pff! Okay, passt. Aber das war jetzt nicht so richtig hilfreich, was ich da bekommen hab. Hm. Pff, lass uns das jetzt machen! Ich würde eine Sekunde machen. Hör dir, Daddy! Entschuldigung! Das kann ich natürlich... Deine Nische! Mein Schützengrab. Hm, was könnten wir da jetzt machen? Ja, toll. Was anderes hätte ich nicht gemacht. Hä? Sein Ernst? Als komm... ist doch unfair. Wieso? Ist das davon abgeprallt, oder was? Ja, weil du so weit nach unten geschossen hast. Ich hab voll nach oben geschossen! Nein, das ging so nach unten. Ach gar nicht. Ein Scheißdreck ist das. Naja, es geht so. Komm schon! Komm schon! Mist. Weil der sich dreht, die Sau. So. Jetzt kommt schon. Ähm... Schmeiß ich da wieder ne Granat? Ne, ich mach nicht nur ne Bazooka. Na mal doch Handgranat. Heilige Handgranat, komm. Ja, alt, total. Den triffst du auch noch. Er ist tot. Jo, schaut schlecht aus für dich. Na, wollte ich nicht sagen. Ich schon. Er ist tot, der ist tot. Wie viele Schäden hat man denn eigentlich? 100, gell? Der hat doch gar nichts.. Er hat doch fast zu nichts beigetragen. Außer da unten ist das Loch geöffnet. Aber das ist auch was! Na, los hol ich mich nicht. Warum nicht? Ach, ich weiß ja gar nicht was drin ist. Ja, aber da komm ich nicht mehr zurück. Ich schieße sie! Ich schieße sie nur, wenn ich mich bewege. Bis zu 50 oder so, glaube ich. Aber davon muss ich nahe genug dran sein. Und... weiss ich nicht. Und ich darf nicht zu schnell sein. Das heißt, mit dem Chatpack würde ich dran vorbeikommen, glaube ich. Hm. Du wirst noch mit dir, Bruder? Banane? Das ist aber wieder typisch. Bei dir fliegst du perfekt. Ja, jetzt komm ins Wasser, bei dir hast du jetzt nicht mehr fallen müssen. Ich schieße sie rein, Sally! Oh. Direkt sah ich jetzt den Chatpack und fliegt da hoch. Dann! Ich hätte so gelacht, wenn du da nicht reingekommen wärst. Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt bin ich gespannt, wie du mich umbringen willst. Achoo! Achoo! Ich glaube, das hat gereicht. Lacka! Das ist ein schweißer Schiff. Sehr schön! Naja, ist ja wieder gut. Da hat wieder der Profi gewonnen. Ah, der hat's mal wieder gezeigt, wie's hier geht. Oh, sogar nur 10 Minuten. Knapp. Na gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Äh, wenn's wieder heißt, Worms Revolution. Bis dann. Tschüss! Tschüss! Tschüss!